ja meine leute euer avionics am start und heute habe ich nur ein kleines vorwort denn das video kommt ein bisschen verzögert weil ich natürlich bei dem neuen patch so schnell wie möglich den neuen content bringen wollte zum beispiel ambassador failen den neuen hero den ihr jetzt diese woche schon gesehen habt nichtsdestotrotz hatte ich noch ein geiles game gespielt und aufgenommen was ich euch heute zeigen möchte und mein hintergrund verrät es euch ist eine runde omu der power level gott und wir waren in dem meter in einem stage wo jedes late game board fast gleich aussah und das hatte den grund dass poison unheimlich stark war und deswegen ist maxner jetzt entfernt worden deswegen ist es so ein bisschen tribute to maxner gerade dass wir uns von ihr gebühren verabschieden man merkt es immer noch murdochs sind aktuell sehr sehr präsent aber es gibt jetzt lobbies in den murlocs nicht drin sind und diese lobbies spielen sich wirklich mal wieder wie reine stat lobbies und das macht mir persönlich wieder spaß und das heutige game soll halt zeigen was war das problem vorher wie sah das extrem aus wenn man die hardcore endgame lobbies hatte und ja ich wünsche euch viel spaß bei dem video wenn euch das gefällt haut bitte auf den abo button unten jeder like und jeder kommentar helfen uns natürlich auch wie immer danke für euren support und jetzt viel spaß beim video leute und heute gibt es ein röntgen omu und der gute ist nicht schlecht vor allem weil wir hier den dexwobby finden das ermöglicht uns turn 2 zu leveln und zu kaufen man möchte immer ein token oder ein dexwobby oder sowas haben eine value unit in irgendeiner form zur not funktioniert halt auch ein sunbaken relaxer oder sowas den man wieder verkaufen kann trotzdem halt die gems als value bekommt aus dem einfachen grund turn 2 hat man vier gold und man braucht vier gold fürs leveln und kriegt zwei gold zurück aber mit zwei gold kann man nichts machen man braucht ein gold mehr noch um noch eine unit kaufen zu können und deswegen entweder kann man dann ein token verkaufen um das eine extra gold zu bekommen oder mit dem dexwobby man reduziert vorher die kosten von vier auf drei gold kann dann für drei leveln hatten gold übrig kriegt zwar wieder und kann mit den drei gold noch was machen und genau das tun wir hier auch und nix hat direkt aufgegeben auch interessant überhaupt was gekauft nein wir hätten hier sowieso der levelt und wahrscheinlich einfach die stärkste unit in dem fall äh 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 accolete auf cithoon gekauft und kriegen einen free win hier sooh das ist alles nicht gut Die Überlegung ist halt hier, für eine bessere Zweier-Unit zu rollen, oder man könnte Ellicad kaufen, verkaufen, nur das Token behalten und dann noch eine zweite Unit kaufen, aber das ist immer noch nicht gut, deswegen gehe ich hier lieber auf die Suche nach einem besseren Two-Drop. Der ist relativ stark. Nehmen wir mal mit. Wir rollen trotzdem noch. Was hätten wir noch gefunden? Nicht optimal. Gucken wir mal, ob wir 4-4 in Stats einen Value-Trade mitmachen können. Nextern kostet der Shop 5, wir haben 6 Gold, das heißt, wir können wieder perfekt für 5 Gold leveln, kriegen 2 Gold wieder und können noch eine Unit kaufen. Hier hinten, sehr gut, dann machen wir den Value-Trade. Leveln, 2 Gold wiederbekommen, Unit kaufen und 6 HP ist halt extrem viel, deswegen machen wir das so. Ja, ihr merkt, wir haben eine relativ steile Level-Curve, wir versuchen sehr schnell, in dem Fall jetzt eine Runde vor allen anderen auf 3 zu leveln, wir werden auch früher auf 4 leveln. Ähm, man versucht halt dieses extra Gold, die 2 Gold, die man zurückbekommt, dann zu nutzen, um Tempo auf dem Board zu spielen, deswegen habe ich hier auch rein auf die Units immer im Shop gesetzt, die einfach mir die meisten Stats geben. in dem Fall war es jetzt einfach der Prisoner und der Joho Ogre, die mir da ganz gut geholfen haben. Und wir gewinnen hier, kriegen keinen Schaden und das ist halt das Ziel von Omu, im Early-Game möglichst wenig Schaden bekommen und trotzdem relativ schnell leveln, um dann früher als alle anderen einen großen Late-Game-Build zu bauen. Arm of the Empire gefällt mir unheimlich gut in der Kombination. Ah, ich hätte leveln können, Swabby verkaufen, Arm kaufen, ne? Hm. Next turn. Wir haben 8 Gold, Shop wird 6 kosten. Schade. Hätten wir einen Dragon, wäre das eine super Unit, vor allem weil wir hier Arm of the Empire schon stehen haben. Wir gucken, dass wir die Taunts verzögern, damit die angegriffen werden und nicht selber angreifen, um möglichst viel Value aus Arm of the Empire zu bekommen und hier mit dem Glyphgar, dem machen wir relativ viel Schaden und das sieht relativ gut aus für uns. Wir killen einen der Chroma Wings, das ist super. Ich glaube nicht, dass der Win 4% wert ist. Hätten wir mit dem angegriffen, statt mit dem 1-1er, hätten wir mehr Schaden gemacht und hätten mehr Prozent gekriegt. Ah! Hätten wir mit Yohoho angegriffen, bin ich mir relativ sicher, dass wir den Buddy gekriegt hätten. Naja. Ich level, wir kriegen einen Arm-Pair, was natürlich super stark ist hier gerade. Und dann rollen wir mal und gucken. Ich könnte das Yoho-Oga-Pair spielen. Ich krieg den Buddy next turn. Das heißt, ich könnte... Shop kostet 10 nächste Runde. Ich habe 9 Gold. Wenn ich verkaufe, habe ich die 10, kriege ich 2 wieder. Dann stelle ich an den verkauften Platz meinen Buddy. Dann muss ich immer noch einen verkaufen, um den Yoho-Oga zu bekommen. Passt gut zusammen erstmal. Wir leveln nächste Runde auf 5, nehmen das Yoho-Oga-Pair mit und suchen danach die Runde nach Triple. Hier versucht einfach jemand grenzenlos Imps zu spawnen. Was uns nicht viel interessiert, weil je mehr kleine Units attackieren, desto mehr Stats kriegen wir auf unseren Units. Ein gutes Unentschieden. 20% noch auf dem Buddy-Meter gemacht. Läuft doch ganz okay für uns. So. Zack. Auf 5 Leveln. Den verkaufen. Den mitnehmen. So. Nächste Runde. Wir suchen Yoho-Oga Triple, Arm of the Empire Triple oder guten Five Drop, der uns eine Richtung gibt. Plus wir bekommen ja auch ein gratis Five Drop und wir können theoretisch leveln und eine Unit kaufen. Wenn wir im nächsten Shop ein Triple sehen, dann leveln wir, kaufen den und sind auf 6. Mega früh. Mit viel HP noch. Mal gucken, wie viel Schaden uns Ragnaros jetzt macht. Ragnaros hat seinen Buddy immer, also hat sein Sulfurus immer noch nicht ausgelöst. Seinen Buddy wird er aber jetzt haben. Das ist super für uns, weil er dadurch einfach noch nicht so stark sein wird diese Runde. Oh. Rattlers ist natürlich nicht schlecht. Oh, er spielt auch Double Arm. Oh, da wird man nachher Double Trickster, da wird er direkt die HP auf den Trickster jetzt stacken. Jetzt gewinnt er mit einem HP auf dem hier. Oh, wie knapp. Naja. Oh. 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 Das ist nicht schlimm. Ja. Naee. Du kannst nicht spucken. hör aber. oh ja. werden in ein Late-Game-Bild rein transitionen müssen relativ zügig. Bedeutet Reborn-Maxners, Amalgadons, ähm, Felbett, solche Sachen. Maxner. Wir haben eine Reborn-Maxner auf der Hand. Ist doch geil. Oh, er hat schon einen perfekten Amalgadon. Wie schnell hat er den durchgelevelt auf 6? Heftig. Wer hat den denn nicht aufgehalten, bitte, Leute? Wir sind Omu und sind jetzt zur Runde auf 6 gelevelt. Der Kollege hat schon 3 6er-Units. Wilde Nummer. Wirklich wilde Nummer. Darf eigentlich nicht. Oh, hier kriegen wir richtig Schaden. Wie kann denn bitte ein Bran nicht aufgehalten werden? Der hat... Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, hier 23 Schaden zu kassieren in dem Turn. Okay, wir haben eine Free-Runde gegen den Geist. Noch eine Imp-Mama. Der Imp-Mama-Triple ist natürlich nice. Möchte man mit Lightfangs scalen? Gucken erst mal, was wir für ein 6-Drop discovern dürfen. Mal Gardon. Wir haben einen Demon, wir haben einen Pirate und wir haben einen Beast. Demon, Pirate, Beast. Uns fehlt ein Murloc und ein Dragon. Da wäre unser Dragon. Muss ich riskieren. Ja, ist er perfekt, der Amalgadon. Nice. Ich freeze für Seafood. Ja, über Order machen wir uns nächste Runde Gedanken. Das ist eh ein leeres Board. Nicht noch eine Imp-Mama. Ich habe doch schon eine Triple-Imp-Mama. Wir haben einen guten Demon. Wir haben einen perfekten Amalgadon. Wir haben eine perfekte Maxner. Jetzt suchen wir weitere Amalgadons. Das ist halt dann die Late-Game-Transition, die man mit Omo spielt. Da könnten weitere Amalgadons drin sein. Ich hätte ihn vielleicht Golden machen sollen, ja. Ganz mies. Es haben doch besser dreifache Chance auf den Amalgadon. Zweites Cover, dadurch, dass er Golden ist und einer, weil ich ihn getrippelt habe. Da ist er. Der Demon muss gehen. Zugunsten von einem Murloc. Komm, Divine-Shield. Perfekt. Geht doch. Gucken wir mal hier. Auch noch eine Maxner. Die nehmen wir mit. So, funktioniert die Late-Game-Transition doch. So. Wir stellen gegen Cleave auf. Der kann ruhig gecleave werden. Die Imp-Mama soll nicht gecleave werden. Der wird ja eh attackiert, weil er taunt hat. Hier machen wir mit Windfuel Divine-Shield direkt zwei Units platt. Und dann kommen die... Oh nein, wir machen eine Triple-Maxner. Das will ich doch gar nicht. Naja. Jetzt den Cleave hitten wir schön. Ah. Okay. Wir haben gegen Cleave aufgestellt. Von daher alles gut. Jetzt wäre das einzig Wichtige, dass das, was da... Der kleine Pirat darf jetzt nicht die Maxner holen. Tut er nicht. Tut er doch. Aber dann reicht's. Und... Das ist dann auch ordentlich Schaden, den wir jetzt mal austeilen hier. Ja, der Triple ist ungünstig. Man will eigentlich nicht die Maxner trippeln. Aber was soll man machen, ne? Ich roll jetzt erst kurz nach einem Seafood-Slinger. Aus dem einfachen Grund, dass ich dann einen der Amalgadons golden machen kann. Klappt aber leider nicht. Okay, dann müssen wir so... Noch eine Maxner... Den will ich nicht golden machen. Nein. Kann ich nicht. Ich mach nicht aus zwei perfekten Amalgadons einen. Das wär dumm. Deswegen hätte ich gern Seafood gehabt, der einen von den beiden golden macht. Aber da ist die nächste Maxner. Alles gut, also... Guck mal hier. Hm. Ja, gerne. Aber wie stelle ich das? Oh, Mann. Ja, ich muss hoffen, dass, äh... Er... Ne, wir zuerst dann greifen. Das ist ein Gamble mit der Nadina. Der Seafood ist gut. Er greift zuerst dann, was gut ist, ist unser Amalgadon stirbt nicht. Das heißt, die Nadina macht auf jeden Fall eine... Ähm... Gibt einen Divine Shit zurück. Nein, macht sie nicht unbedingt, weil sie nicht stirbt gegen den kleinen Turnt. Ah. Naja, schauen wir mal. Guter Hit. Nicht so guter Hit. Und dann gewinnen wir das knapp. Ich glaube, ich glaube, Chancen-Technik, wann wir da deutlich überlegen, dass das so knapp ausgeht, ist natürlich dann... Fieses Ding. So. So. Noch eine Maxner, wir suchen Reborn und wir suchen noch einen Amalgadon, den machen wir natürlich golden. Also wenn man die aus dem Discover bekommt, macht man einem auf dem Board golden, damit man die nicht trippelt, weil dann einer golden ist. Wenn man die natürlich aus dem Shop nennt, macht man den im Shop golden, damit man mehr Adepts bekommt. Kurz noch gucken, ob wir irgendwie Reborn noch bekommen. Wir haben leider nicht. Ah, sehr gut. Noch eine Triple Maxner. Naja, bevor ich hier gar nichts kriege. Jede Maxner, die ich habe, ist eine Maxner, die die Gegner weniger haben. Müssten wir einfach so sehen. Hm, hm, hm. Da ist noch eine Maxner, die nehmen wir auch noch mit. Hm, Moment, Cleave hat er, ne? So, da ist noch ein Seafood, falls wir noch einen Amalgadon finden. Der hittet super natürlich leider. Ähm, aber unser Late-Game-Build ist, ähm, schon Endstufe, muss man ja einfach sagen, ne? Ja, wir suchen jetzt eigentlich nur noch Reborn und Amalgadons. Das ist das Einzige, was uns hier noch stärker macht. Denadina ist natürlich cool. Da ist Reborn, damit kann dann in unser Buddy finally gehen. Hm, den kann ich jetzt nicht golden machen, weil ich jetzt den Amalgadon nicht so, äh, suche. Sondern im Shop. Ähm, versuche ich es trotzdem. Dann muss ich den golden machen. Da ist ein Seafood, jetzt kann ich es auf jeden Fall machen. Ich mach mal einen golden, falls ich dann nämlich einen über den Discover finde. Bin ich safe. Das Ding wird uns gefährlich, wenn er jetzt ein Pyro-Spawn-Endgame, äh, Dragon-Build hat. Dann countert er unsere Divine-Shields. Und dann könnten wir hier tot sein, obwohl wir einen der stärksten Late-Game-Bilds haben, die man haben kann. Überlegt mal, wir haben drei perfekte Amalgadons, zwei perfekte Maxners und eine goldene Imp-Mama und eine Dina. Wir müssten eigentlich nur noch, ja, wir müssten eigentlich nur noch die andere Maxner aufs Bord kriegen, die auch noch perfekt machen und noch einen perfekten Amalgadon. Er hat keinen Pyro-Spawn, das ist super für uns. Hoffentlich hittet der beide Amalgadons nacheinander. Perfekt, besser geht's gar nicht. Hoffentlich hittet die ne... Der Kleine hittet jetzt irgendeinen Amalgadon. Nein, hoffentlich hittet die Nadina den anderen. Ein bisschen unglücklich, die Hits. Hätte auch für, ähm... Für uns so ausgehen können. Aber das sollte trotzdem ein klarer Win noch sein, ja. Der Amalgadon alleine macht ja noch zwei sichere Trades, deswegen ist es egal, was jetzt passiert. Das ist ein sicherer Win. So, jetzt ist nur noch die Frage, finden wir nochmal Reborn und finden wir noch einen Amalgadon? Nimm mal ein Divine-Shield mit noch. Hm. Schade. Wir wissen, dass er nur Stats ist. Eigentlich sollte unser Poison-Bild den komplett fertig machen. Die Frage ist, es macht die ne Dina an Platz 2 Sinn, ansonsten könnte ich lieber den Selfless, weil anstatt dann hier einen Divine-Shield auf dem Amalgadon zu haben, hätte ich dann zumindest eins hier wahrscheinlich auf einer der beiden Maxners. Greediger ist das. Ähm... Safer wäre Selfless. Aber ich gehe hier auf maximale Value. Schade, ich hätte gerne noch den Amalgadon gefunden. Und Reborn und wäre hier auf ein volles Reborn-Maxner Amalgadon-Board gegangen. Aber wir sind sehr nah am perfekten Board, muss man sagen. Ist ja schön. Mies. Hoffentlich hittet der in den Amalgadon. Das wäre jetzt perfekt. Ne Dina macht nichts. Das ist... Okay, noch ist Ne Dina auch nicht... Nicht dran, aber... Ich glaube, der Kollege hat seinen Buddy abgegeben, ne? Er ist quasi All-In. Ja, das ist ein Win. Egal, was passiert. Wir haben hier vier Trades liegen. Und er hat nur noch zwei große Units auf dem Board. Also... Das Ding ist ziemlich durch. Ja, so sieht ein krankes Late-Game-Board aus mit Omu. Ja, wenn man im Early- und Mid-Game nicht zu viel HP verliert, kann man sich das erlauben, so stark durchzuleveln und dann einfach auf ein Late-Game-Build zu transitionen, den man natürlich leicht findet, weil man vom Buddy einfach 6-Drops geschenkt bekommt. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst gerne ein Abo da, Glocke, Like nicht vergessen und ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao. Ich bin raus.